Baby-Content gibt so oder so Luis auf dem Zweitkanal. Bro, dem Zweitkanal ist Schmutz. Ich glaube, der mir wieder Kiste ist geil. Wieso deine Kiste, Digga? Ich glaube, weil ich hier gelandet bin. Okay, ich nicht. Hier sind Leute gelandet, ne? Das ist schön. Wo sind denn die sogenannten Leute? Die sind hier gelandet, in der Zone. In der Zone aber. In der Ozonschicht? In der Zone. Mit welchem Kanal, Stani-Bunny-Kanal? Hier sind Gegner, Bro. Wo denn? Wo ich massiert habe. Jemand schießt auf mich? Ich bin aber weit weg, Estu. Ich kann jetzt leider nicht direkt kommen, ne? Wenn du jetzt drauf gehst, dann ist es deine Schuld. Weil ich bin voll weit weg, Bro. Ich weiß, wann ich rein muss und wann nicht. Du aber nicht, Bro. Das ist der Unterschied, weißt du? Ich bin down. Ich bin down. Boah, 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 boah. Darf ich dir Loot geben? Immer doch. Dafür sind Streamsniper doch da. Welchen Skin hast du? Ja, ich wollte eigentlich nur einen einfachen Skimm-Contest machen, Leute. Den machen wir auch noch, aber... Ja. Kann aber auch sein, dass wir den ersten 3 Stunden machen können. Ja, dann ist sie sich nicht anstrengend. Wow, einfach runtergefallen. Wie es mir geht, fragst du mich gerade, Bro. Mir geht es schlecht, danke. Nick Hack? Weil ich mit Estu spiele. Ich werde hier gezwungen, normale Runden mit Stani zu machen. Ne, sagt mir ehrlich, wer hätte so Bock freiwillig mit Estu zu spielen? Ne, eins im Chat. Ja. Wer freiwillig Bock hätte mit Estu zu zocken? Bei mir im Chat. Eins für ja, zwei für nein. Boah, die Leute machen nur zwei. Die Leute machen nur zwei. Das ist so krank. Bro, das ist so krank. Die Leute machen wirklich nur zwei bei mir. Bei mir nur eins. Boah, es ist doch auch logisch. Ich will ja auch nicht mit Leuten spielen, die mich nicht mögen. Macht doch gar keinen Sinn. Ja, das stimmt. Ja, ich sag mal so. Die hassen dich ja nicht ohne Grund. Ne? Man muss ja sagen, es hat ja schon einen Grund. Ne? Oder würdest du sagen, es hat keinen Grund? Naja. Naja. Wenn man mit dir spielt, wird man leider aktiv. Hey, was geht? Jetzt hat er wie ein Schwein gefunden und sagt, das ist Dutton, das ist Dutton. Oh, er sagt zu ihm zu, guck mal, wie er meine Zuschauer behandelt. Ein cooler Zuschauer kommt zu mir, richtig süß, richtig nett, will mir so Items droppen. Und dann sagt er, das ist ein Schwein, das ist dumm. Schade, dass du mit Süß einfach zusammenarbeitest. Guck mal, wie böser er guckt. Er ist einfach schlecht gelaunt, Bro. Guck mal, wie schlecht gelaunt der Arme ist. Warum bist du denn so schlecht gelaunt? Wildcats gehen ja gleich, wenn wir die gespielt. Stani, schade, dass du mich hier zwingst zu zocken. Ich würde gerne einfach andere Räume zocken. Dann streng ich einfach mal an, vielleicht. Wie sollen wir denn bitte eine Runde gewinnen? Einfach mal anstrengen. Überleg mal, wir kriegen keinen Win einfach hin. Das ist krass, Leute. Überleg mal, wir können ja Fortnite schon ein bisschen spielen so. Aber überleg mal, du bist so ein 40-jähriger Familienfahrer, der einfach eine Runde Spaß mal gewinnen will. Der braucht ja drei Jahre, um eine Runde zu gewinnen. Einen Uwe, der auch mal spielen will. Einen Uwe, Junge. Der Uwe-Löser auch dabei. Mein Vater hat meine PS4 kaputt gemacht. Warum das? Ja, alles gut, Jojo Gaming. Können wir einfach quatschen, wenn du wieder da bist. S-View ist einfach Roni Berger, Junge. Roni McDonalds. Ihr macht nichts falsch. Es sind die Gegner. Die sind einfach zu krass geworden. Danke fürs Aufmerksam. Nee, das ist, Leute, das ist, wenn man die ganze Zeit Solo gegen Duo spielt, ist es schwierig. Sagen wir es mal so. Es ist schwierig. Können wir wieder ein paar Trisore aufmachen, damit wir geilen Loot haben? Hm, ich hab keine Schlüsse mehr. Prank ich mal auf gar keinen Fall, dass ich jetzt nicht pranken. Sonst verlieren wir das erst recht. Geht mal zu Tilted Aua. Tilted Aua. Komm, ihr fliegt zu Tilted Aua. Dann müsste die alten Waffen so sehr in Fortnite, ne? Ich vermisse einfach das ganze alte Fortnite, Alter. Ja, wo sind diese geilen Waffen alle hin, bitte? Wer hat bitte in Fortnite's Kopf gekackt? Lass mal alle guten Waffen rausnehmen, die Fortnite ausgemacht haben. Lass uns ganz neue Waffen empfinden. Lass Spielspaß kaputt machen. Lass den Spielspaß für die Spieler kaputt machen. Ja. Ja, lass uns das machen. Das ist ein guter Plan. Oh, Mann. Ich hab schon Nackenschmerzen rumgegeben. Deine Oma ist ein Lachs, Alter. Was? Deine Oma ist einfach ein Lachsnackengel. Boah. Das ging jetzt zu weit, Bro. Niemand sagt was über uns. Lachskopf, Larry. Mango ist wieder da. Und macht gleich... La 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 la. Stefan, Lukas, Tom. Was? Stefan, Lukas, Tom. Ist das so ein Kanal, was du mit deinem Bruder teilst? Oder deinen Brüdern? Ich hätte einfach ganze Familiennamen. Kanal, die heißen Stefan, Lukas, Tom. Bro, der heißt einfach so. Du machst dich einfach über seinen Namen lustig. Krass. Nur weil er Stefan, Lukas, Tom heißt. Der Arme wird möglich bei mir geschießen müssen. Bro. Der will dich supporten und du... Naja. Ich sag euch ehrlich, geschmackslos. Das war der bittere Beigeschmack. Wer hier noch weiter SU supporten will, das ist euch überlassen. Guten Morgen, was habe ich verpasst? Boah, wenn du wüsstest, was du alles verpasst hast. Krebs, gerade hast du auch schon RP gezockt. Danke. Ich würde uns gegner, Bro, dich hinten abfangen. Okay. Ich reiß, ich reiß. Die Leute sagen, reiß, die sollst du zusammenbrechen. Ja, okay. Das einzige, was gleich auseinanderreißen, sind die Gegner. Gib you, gib you. Und nimm doch mal ein Sturmgewehr mit, du Vollidiot, Mann. Alter. Ich kenn diese Waffen nicht. Ich weiß nicht mal, wie ein Sturmgewehr aussieht. Ey, kein Wunder, warum wir die ganze Zeit nicht gewinnen, Leute. Er spielt die ganze Zeit mit SMG auf Distanz, Junge. Lösch dich. Hey, Gegner hinter mir. Komm in, der ist blau. Dann komme ich zu dir. Dann lass den waschen. Siehst du, jetzt kommen die Hitsch, Digga. Jetzt kommen die Hits einfach. Warte auf mich, ich muss kurz looten. Guck mal, nicht mal die Gegner haben eine AR, Bro. Oha, Rezi, Junge. Äh, Joke, ja, du brauchst nicht acht Stunden für ein Auto. Du brauchst genau, um das schlechteste Auto, die zu holen, brauchst du 30 Minuten. Also keine Ahnung. So, dann hast du ja gar keinen Plan. Rezi, danke, Junge. Und es ist logisch, dass es bei uns ein bisschen länger dauert, ein Auto zu bekommen, weil wir nicht ein Non-Whiteless-Server sind. Und wenn die Leute alle zum Anfang direkt ein Auto kriegen, was wir ja gehabt haben, jeder hatte zum Anfang direkt ein Auto, aber zu viele Leute haben getrollt. Das kannst du halt nicht machen. Deswegen haben wir es halt umgestellt. Anfang an hat jeder ein Auto gehabt bei uns. Was hast du da? Gegner holen. Hinter uns, Rob. Ich feite gerade, Rob. Das ist auch einer. Ja, der ist down. Ich komme. Hinter uns war irgendwie noch einer. Ich checke nicht, wieso ich so viele Heats mit der Pistole immer mache. Gib mir eine goldene Pistole und wir gewinnen das. Unter uns, links, links, links. Ja. Da, Bro. Da siehst du die? Ja, guter Call. Mach ein bisschen Druck von hinten. Ja, Bro, die sind steinkraut, ne? Der eine ist, äh, white, der eine ist white. Der eine hat zwei jetzt. Ja. Ist tot. Der eine haut ab. Von hinten, Bro. Oh mein Gott, Digga. Ich bin gleich wieder down, weil andere sich wieder einmischen. Ich hasse das. Pass auf, standen. Zwei neue kommen dahinten. Du und... Ich habe ja einen down. Wir schießen auf uns. Ja, warte, ich schärfe dir. Lass abhauen. Ich habe hier immer nichts. Ja, okay. Komm her, ich habe hier aber Heals. Ja, ich komme, ich komme. Sehr gut. Das wird der Sieg, wenn wir ein bisschen Heal finden und nicht immer gefördpartiert werden. War das deine goldene SMG? Kannst du nehmen. Okay. Pass auf, der ist da links oben. Ja, ich habe 500. Komm mit, komm mit hier. Der ist Horns, 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 Horns. Ja. Sehr gut. Hat hit. Schwerfe Scott. Ist Horns, ist tot. Der andere ist auch one. Der andere ist one. Der andere ist one. Komm zu mir, Bro. Ich heile uns. Ab mich, hab ich, hab ich. Stark. Zone, Zone, Zone. Sehr gut. Da war noch echt Baba Loot eigentlich. Schade, dass die Zone auch nicht mitspielt. Ich hätte gerne noch andere Sachen gelootet. Pass auf, die Schiffs sind welche. Okay. Wir müssen Richtung Zone. Und wie viele Krallenschüsse hast du noch? Ich habe keine Kralle. Okay, dann mach ich bei dir. Bei dir. Ja, Leute. Ich habe gesehen, dass da geiler Loot noch war. Aber für mich war Fokus erstmal, dass wir uns heilen. Und dann war die Zone leider schon wieder am Start. Wir müssen irgendwie rüber. Ja, hier, hier. Unter mir, Bro. Hä? Nein, der war über mir, Bro. Über mir ist einer. Über uns ist einer. Pass auf. Der muss aber runterkommen. Glaub ich. Bist du da hängengekommen? Nee, nee. Hört ab, ja. Hört ab. Ja, mit Dingen, Dings, da war doch so ein Gerät gewesen. Ach, call doch sowas. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Ja, Bro, ich denke, dass du die einfachsten Sachen kennst, Alter. Ja, ich kenne mich doch hier diese Map nicht aus. Über uns. Ja. Oh, diese Splash-Gun brauchen wir. Nein. Nein, ich wurde hier wieder geschnitzt. Eine Bautschung holt sich hoch. Äh, komm, ich bin unten, ich bin unten, ich muss geschnitzt. Okay, dann komme ich auch mit, ja? Ich bin wieder geschnitzt. Die nerven auch, diese ganzen anderen jedes Mal, ne? Plastik-Putzschäden. Reasy-Gaming. Cool, es geht raus. Ach, gar kein Problem. Ich hoffe, der Raid hat dir was gepackt. Ey, wir müssen zohlen, Bro. Scheiße. Du hast leider keine mobilen iPads. Ja, der ist über uns. Ich kann runterschießen. Ja, gut. Er ist won. Ich won. Bei mir ist auch jemand anderes hoch. Komm, komm, komm. 110er, 110er hat er bekommen. 110er hat er bekommen. Er ist won. 214er. Sein Partner hat mich attackiert, Bro. Vertraue mir. Ja, ich habe den, ich bin noch... Dein Partner kam genau in dem Moment. Ich vertraue mir einfach. Geh nicht da, nicht da lang. Da war einer. Geh rechts lang. Geh rechts lang. Hey, was machst du? Ich habe doch keine Kralle mehr. Du kannst mich noch holen, Bro. Ich versuch's. Ja, da ist einer, da ist einer. Rechts ist einer. Siehst du das nicht? Ich weiß. Ja, ich... Oh mein Gott. Mach Sprengler. Mach Sprengler. Wo ist diese Waffe jetzt denn? Du bist eigentlich durch, wenn die gerade fighten, müsste ich jetzt eigentlich hin. Pass auf, hinter dir sind noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro. Kille noch begriffen. Ja. Man kommt genau in dem Moment zwei Leute rein. Ah ja.